Hallo Freunde von Amuseetablette, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder bei einem kleinen Infovideo von uns. Und zwar möchten wir euch mal so einen kleinen Ausblick geben, was es denn als nächstes so bei uns geben wird. Das wird zum einen sein, ich habe Urlaub, Gott sei Dank, und kann in diesem Urlaub natürlich auch viele, viele Sachen machen. Darunter zählen zum Beispiel Livestreams. Das heißt, wir werden Livestreams machen von World of Warships, vielleicht auch ein bisschen World of Tanks. Mal gucken, was da so geht in diesem Bereich. Wir werden einfach mal schauen, was wir dann als Livestream tatsächlich benutzen können. Aber es soll mal wieder ein paar Tage lang Livestreams geben. Zu diesen Tagen kommt auch FIFA 16 raus, zumindest die Demo kommt dann raus. Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen davon zeigen, auch wieder auf unserem Kanal dann zeigen. Wahrscheinlich aber auch in den Livestreams dann machen. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der es gerne mal sich ansehen möchte oder mal schauen möchte. Dann können wir das da auch alles machen und wir können das dann live mit euch ausprobieren, was da geht, was da nicht geht, wie das aussieht. Ansonsten werden wir auch noch mal schauen, dass wir andere Spiele spielen werden. Sowas wie Rocket League wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, was da so kommt. Während dieser Zeit, wo ich dann Urlaub habe, wird es dann pro Tag ein bis zwei Livestreams geben. Was kommt noch so auf euch zu? In naher Zukunft werden ja auch ein paar neue Spiele rauskommen. Star Wars Battlefront, die Beta kommt Anfang Oktober. Auch das wird dann bei uns gezeigt werden. Wir werden das dann auch natürlich zeigen, sobald wir die Möglichkeit dazu haben. Und Need for Speed und alles sowas, was halt auch noch kommt im Laufe des Jahres, wird euch noch erwarten. Für euch jetzt erstmal zumindest diese kleine Info, wie es weitergeht in den nächsten Tagen. Wie gesagt, Livestreams kommen. Seid dabei bei twitch.tv.com. Amüsiertablette mit UE. Und dann sehen wir uns hoffentlich da zu den Streams wieder. Wenn ihr uns dann natürlich followt, werdet ihr immer per E-Mail benachrichtigt. Und dann seht ihr direkt, wenn wir online sind und was wir zocken. Ich werde alles soweit einstellen, dass das alles funktioniert und läuft. Das heißt, ihr müsst nichts weiter tun, als nur noch dazukommen. Und ich hoffe, wir finden den einen oder anderen, der mit uns dann eine kleine Runde zockt. Oder beziehungsweise mit mir eine kleine Runde zockt, weil die anderen sind im Urlaub oder müssen arbeiten. Wir sehen uns bis dahin. Haut rein, euer CrunchGow. Ciao, ciao.